Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Tekken-Part auf meinem Kanal. Was geht ab, Leute? Der Presence ist wieder mit dabei. Auf dem Presence-Kanal haben wir ebenfalls Pokémon Tekken aufgenommen. Falls ihr also nach dieser Folge noch nicht genug habt, schaut dort auf jeden Fall vorbei. Vielen Dank an euch für eure Resonanz bei dem letzten Pokémon Tekken-Video. War sehr, sehr sweet. Darf ich jetzt noch mal Hallo sagen? Ja, jetzt Hallo. Hallo, Leute. Ich bin heute gerade schon gegen Weaver. Man kennt es, man kennt es. 1.000 Likes, Leute. 1.000 Likes. Ja, nee. Auf jeden Fall. War nice. Danke für euren Support. Super. Volls natürlich, wenn euch Pocken gefällt. Ja, auf jeden Fall. Vor allem nach so einer langen, inaktiven Pause und so weiter. Uns macht es ja sowieso super fun. Inaktiven Phase. Richtig. Ist immer super, super spaßig, weil die Matches gehen halt auch relativ schnell und sind immer super spannend. Also ohne Witz, aber for real, es muss noch safe noch ein DLC-Kämpfer rauskommen. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass noch irgendwas... Da ist noch Platz für zwei Supporter und einen neuen Charakter. Das DLC kam vor über einem Jahr aus. Marschadow, komm zu mir! Das wird sowieso nicht passieren. Ich kann mir eher sehr Horror vorstellen. Ja, könnte ich mir auch. Marschadow! Marschadow! Oh Mann, ey, ich tu doofkopf. Okay, wir nehmen nochmal hier den Mega-Rite-Kraiser und den Mimikma. Richtig der... Uber-Boy, Alter. Oh! Oh, schade. Oh, wäre ich da jetzt rausgegangen, Alter. Oh, bin ich krass, Alter. Oh, oh, oh. Wäre ich da jetzt, jetzt. Hallo. Oh! War richtig, oh. Das war ja ein richtig krass, oh. Oh, nee. Oh, lol, Alter. Da konnte ich trotzdem noch einen zweiten rausfahren. Der Counter gegen den Counter ist ja richtig doof, Mann. Ich wollte gerade rollen wie ein Smash. Finde ich schlimm, Alter. Oh, der Grabball... Alter, warte, jetzt mach ich dich aber richtig nass, was ist denn jetzt hier los? Jetzt ist gerade nicht gut. Oh, das ist over, Alter. Das ist over! Ich muss mir irgendwas gegen diesen Counter einfallen lassen. Den machst du viel zu oft und ich fall da viel zu oft auf ein. Der funktioniert halt immer. Ja, das ist das große Problem dabei. Der ist halt echt gut, weil der macht halt echt viel Schaden. Und vor allem hat der auch eine weite Range. Das stimmt, ja. Das ist so das größte Problem. Was? Was ist da durchgekommen? Oh, Alter, was mach ich jetzt? Ich bin ja so... Oh, nein. Ich bin so gut. Alter, jetzt... Yo! Lass mal bitte den hier. Oh, krass. Okay. Wenn ich dich da noch mit meinem Kick erwischt hätte... Das wäre schon... Ist ja ein bisschen RIP gewesen, ne? Okay. Jetzt gönnen wir uns einmal das Limit-Ding... Oh, nein, ich wollte dich gerade auch... Graham, hast du das gesehen? Ja. Ich weiß. Ja, das habe ich predicted. Ich habe das Predigt-Predigt. Ja, lol. Nee, der trifft mich nicht, oder? Der trifft mich? Ich dachte, der kann mich gar nicht treffen. Easy. Ja, natürlich kann er nicht treffen. Nee, weil ich konnte mich halt nicht bewegen oder so, weißt du, in der Nacht. Ja, na und? Ich kann nicht mal mein Limitei setzen. Ich kann gerade nichts machen. Du hast ihn gerade eben schon verschwendet. Herr Ernst? Ich habe ihn gerade eben gehört. Ja. Oh, ich habe keine Sounds. Ja, gut. Los, mein Quaser, rette mich. Der hat mich ja echt gerade gerettet, Mann. Hat er echt. Das ist halt richtig doof. Aber das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Doch, das geht, glaube ich. Nein. Ah, der hat nicht in der Limit. Doch, in der Limitfall macht er ja mehr. Oh, nee, es leckt. Es leckt. Es leckt. Nein. Oh Gott. Ach, Mann, das war jetzt ein bisschen doof. Ja, das war jetzt alles ein bisschen doof. Alter, ohne den Lack hätte ich das hier easy geworden, Mann. Ja, genau. Easy, sagt er. Geh mal nach Hause. Jetzt steht er auch richtig lange mit dem Warten. Siehst du, da, Herr Preston. Was machst du jetzt hier beim Internet, Alter? Was mache ich? Ja, vor allem ich. Was passiert hier? Alter, was passiert hier? Das sieht irgendwie cool aus. Das sieht echt cool aus. Oh, Mann. Hier gibt es einen Schnitt vielleicht. Wahrscheinlich. Ich vergesse sowieso. Oh, wir sind rausgeflogen. No! Ich habe gewonnen, Leute. Ja, genau. Wir sind wieder back. Na, Leute. Also, ich nehme mal 0-0, oder wie, hier? Ja, ich habe gewonnen. Also, steht es einzuladen. Weißt du, ich bin hier so ein Ehrenmann und Friend. Normalerweise bist du derjenige, der genau so einen Kommentar bringen würde. Ja, komm, Alter. So reichst und schamlos bin ich jetzt auch nicht. Ja, ich stehe. Ein guter Wort für das ist der Profi, Alter. Ich bin auch hier. Ich bin ready. Alter, dein Wirbelsturm. Crazy ist das. Oh, in meine Falle bist du getappt. So kann man nicht anschauen. Ich kämpfe mir, Preston. Oh, das muss halt sein, Mann. Meine Falle. Das ist richtig dumm, dass das da durchgeht. Aber easy encounter predicted. Keine Challenge. Okay. Keine Herausforderung für den Trainerneuling. Oh, da hat er nicht. Der hatte ich ja. Ja, ich weiß ja nicht. 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 Das war ein richtiger Fehler, oder? Das war ein richtig großer Fehler, ja. Aber zum Glück ist der Wee-Bile-Limit nicht so extrem strong, weil... Oh, der macht schon Schaden. Natürlich meint der Schaden, aber... Oh, nicht wenig. Schaden, Schaden. Hey, du hast mich aus dem Boden rausgegrappt. Ja, natürlich. Was? Easy predicted. Also, das war jetzt, ähm... Ja, ich... Ich hab wahrscheinlich deine Flosse da oben noch gegriffen, Mann. Das ist dumm, Alter. Da war mal gar schon so eine crazy Hitbox. Ja, weiß ich nicht. Frag den Gar-Chomp-Boy. Ey, Gar-Chomp-Boy. Ey, sag mal. Wieso machst du das eigentlich? Oh, da hat er gedacht, ich gehe raus. Oh, nee. Hä? Warum hast du mich erwischt? Was? Warte, wieso hast du mich erwischt? Tja. Hör dich. Ja, komm her. Mach deinen Counter. Wee. Okay, mach ich. Nee, XD. Nur aufgewahrt, dass du sowas sagst. Okay, alles. Können wir jetzt mal... Rechenraum wäre jetzt schlimmer gewesen. Ja, ich weiß. Nimm mal den hier, Junge. Los, rein. Alles safe. Ich müsste protected haben. Alles safe. Oh, Leute, war ich nicht ganz in Range. Easy. Nice, nice, nice. Vor allem hast du dein Limit gerade nicht voll, was ganz praktisch ist. Hast du protected? Ich weiß nicht. Nee, ich konnte nicht halt protecten. Das ist... Das gibt diesen einen Frame, in dem ich dich protecten kann, wo du easy dein Limit einsetzen kannst. Das krieg ich jetzt. Das ist schon sehr sweet. Wieso konnte ich meinen Resonanz nicht einsetzen? Ich glaube, die war nicht voll zu dem Zeitpunkt. Doch, war sie. Da stand Resonanz nicht wirklich, aber die war hundertprozentig voll. Hast du protected in dem Zeitpunkt? Nein, ich habe beides gedrückt und dann stand da Resonanz nicht wirklich. Kann es sein, dass sie gesperrt ist, nachdem du dein Limit... Nein, oder? Nein, nein, nein. Aber die war hundertprozentig voll. Weiß ich nicht. Ich war noch besser. Ja, schau es mir mal in der Aufnahme an, was da los war. Wie er gelacht hat. Ey, ich habe dich jetzt richtig fertig gemacht, Mann. Da lacht er. Ist okay. Werde dich gerade too old? Hier. Zwei stalks, Mann. Easy. Two stalked. Gar keine Entscheidung. Guck mal, der lacht und der wird jetzt hier zerstört, Mann. Das war das erste Match, Alter. Mach schade. Ja, das ist schon das zweite, was ich gewonnen habe. Er slagged wieder. Er slagged. Hallo. Hallo. Hallo, Freunde. Lass mal ein bisschen boxen. Ah, shit. Das ist natürlich nicht gut. Dass die Present adaptiert gerade und jetzt will ich auch adaptieren, ist doch doch. Ja, na klar. Ich wollte mal, was jetzt was anderes machen, aber das war eigentlich voll die dumme Idee, was ich gerade machen wollte. Hä? Das hat sich nicht getroffen, was? Hä, das war ein Grab. Und ich greife an. Was machst du denn da? Weiß nicht, es laggt immer noch so ein bisschen. Ja, aber keine Ahnung, das war gerade irgendwie trotzdem ein weirder Play von dir. Ich dachte, dass ich dich beim ersten getroffen hätte, da war ich richtig verwirrt. Ja, hab ich bemerkt. Alter, was sitzt hier gerade los? Das sieht so weird aus, alles. Jetzt rein quasi an Zeitlupe, let's go. Nee, noch nicht, oder? Nee. Alter, der macht halt, das ist halt RIP. Ja, ich bin tot. Ah, da die Legs sind, also jetzt wirklich, ich will es nicht darauf schieben, aber die sind schon echt anstrengend. Ich meine, für dich ist es natürlich auch anstrengend, aber es ist schon echt ätzend. Das hat gerade so ein bisschen aus dem Konzept geworfen, das stimmt. Extrem, ja. Aber so aus dem Nichts vor allem, weil bisher nicht immer alles flüssig. Richtig. Sehr weird. Warten mal, jetzt ist alles not, ja, ist nicht Leggy. Nee, es ist immer noch. Nee, also für mich ist es gerade nicht Leggy. Für mich ist es nicht so ganz flüssig. Also der Angriff war jetzt komplett flüssig. Mir gar nicht. Was? Ja. Das ist sehr weird. Alter, nein, lass mal nicht, mach nicht den. Okay, das war gut, das war wichtig. Jetzt lauf weg, lauf weg. Oh, ich glaube, da hast du nicht. Lass die Crab losgelassen, ja. Ja, ich habe gerade gecountert. Puh. Der macht, der killt mich, oder? Richtig, der killt dich, ja, wahrscheinlich. Ja, du bist tot. Der macht doch gar nicht so viel, oder? Der macht doch gar nicht so viel, oder? Okay, das wird jetzt echt spannend. Ja. Aber jetzt hat es sich, glaube ich, ein bisschen beruhigt. Ja, ich glaube auch. Ah, ich vergesse immer dann anzugreifen, weil du machst immer den gleichen Trick. Nö, nicht immer. Ja, also halt den Unterschied, aber ich sehe halt, was du machst. Ich kann es jetzt sehen. Ah, schon wieder der Move. Hehehe. Ah, ich wollte dich auch gar greifen, shit. Ja. Dafür haben wir beide irgendwie Gedanken langsam. Ich habe dich angegriffen, aber ich bin halt in dem Boden. Ja, ja, du bist in dem Boden, das war halt nicht so schlau. Ja, okay, das war, glaube ich, kein guter Alkwaser. Du bist kein guter Alkwaser. Du bist kein guter Alkwaser. Ja, okay, den kann ich aber auch easy noch schieben. Nee, ich glaube, du hast ihn nur im Moment angegriffen, oder? Ich kann den easy noch schieben. Was? Ja, du hast angenommen. Ja, normalerweise hat er eine Verzögerung von 20 Milliarden Jahren. Nice. Ich bin gerade mit allem immer ein Frame zu lang, so habe ich so das Gefühl. Ich bin halt auch ein Tempo-Char, deswegen. Ja, stimmt. Was? Alter, easy. Was? Ich nehme noch, ich nehme noch. Ich habe die easy rausgegrabt. Ich habe gesheelert, ich habe gesheelert. Ja. Easy rausgegrabt, Alter. Ich hätte einfach wieder graben können. Oh mein Gott, nein, warum bin ich so dumm? Warum bin ich so dumm? Ich bin nicht so gaunt, das dumm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich dachte, du greifst dich einfach an und finischst es. Ja, ja, ja. Oh, Mann, ey. So, jetzt fangen wir hier mal richtig an. Ja. Hallo, Leute, willkommen zu einem neuen Tag. Geh mal weg, nur weil du zerstört wurdest. Ja, komm, letztes Match entscheidet alles, was du letztem warst. Ist okay, letztes Match entscheidet alles. Let's match entscheidet alles. Let's go. Ich bin gespannt. Ich werde jetzt richtig leise sein, Sachi Bodo. Ich meine jetzt den Timo, und den mache ich nicht. Ich werde ganz normal weitermachen, Mann. Ich nicht, ich werde jetzt den Timo machen. Richtig, der Tryhada. Ja, dann werde ich auch den Timo machen, ist okay. Hallo. Hallo. Hallo, Freunde. Hä? Was ist das denn? Ja, weil das halt ein Dingens ist. Ein Eischieb, der eben dich auch da trifft. Hä, der trifft dich jetzt safe. Ja, aber warum? Ich bin unter der Erde. Das ergibt keinen Sinn. Wie, es ergibt keinen Sinn? Natürlich ergibt das Sinn, Mann. Ah, ich weiß nicht, ob der mich trifft. Nee, du bist halt in der Luft. Du kannst doch nicht grabben. Hä? Was ist denn da los? Der trifft dich halt. Der trifft ja niemand. Ah, ich wusste, dass das passiert. Ich habe es trotzdem gemacht. Das war so dumm. Das war halt richtig dumm. Was, 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 was? Nee, nee, nee. Mach jetzt nicht diesen. Mach jetzt nicht diesen, Alter. Der Grab ist fein. Grab ist fein. Der Grab ist fein. Das war fast, Alter. Hey, da sind die doppelgrabs, Alter. Natürlich, ich doppelgrabe ich, Alter. Ich schüppelgrabs. Ach, schade. Merk ich. Ich habe dich auch gegrabt. Was? Ja, aber ich bin schneller, Mann. Ich bin Tempo-Char. Ja, ich habe gescheatet. Hast du? Ja. Grab. Ah, Junge, Baum. Junge, gar keine Chance. Das war aber leise. Ja, der war protectant. Ich dachte, der Counter würde das auch. Counter, ich habe es vergessen. Junge, Alter, ich zerstörle dich. Ist okay. Alter, richtig crazy, Mann. Nein. Nein. Nein, überhaupt nicht gut. Jetzt kommen wir auf den Limit, Junge. Jetzt tilt ich, Alter. Jetzt tilt ich komplett, Mann. Komm, Rachel, den kann ich nicht von hier hin, aber echt protectant. Ja, natürlich. Oh, nein. Ein Frame, Junge. Ein Frame. Aber ich habe dich. Ich habe dich. Nein, ich habe protected. Nein. Du warst noch in der Angriffeanimation. Ich wusste, dass es dann kommt. Dann wollte ich protectant. Das geht nicht ganz. Okay, das ist noch 79. Okay, 74. Aber das ist halt echt kritisch. Okay, wichtig. Oh, der trifft dich. Der trifft dich richtig hart. Der trifft mich richtig hart. Nein. Warte. Ich wusste, dass es kommt. Ja. Hä? Let's go. Okay. Das ist okay. Das ist so wichtig. Ich wollte angreifen. Ich schwöre, ich wollte angreifen. Ich habe angegriffen. 100%. Ich schwöre, Bruder. Ich schwöre, Alter. Nein. Nein. Ist egal. Ich habe ihn heute einfach zerstört. Ja. Komm, Alter. Das hat sich das mal auch gemacht. Das hat sich das mal auch gemacht. Leute, ich würde sagen, wenn ich gewonnen habe, lasst doch einen Like da. Oh, wenn ich gewonnen habe, lasst doch einen Like da. Und schaut bei mir vorbei. Link in der Beschreibung. Alright, Leute. Ich habe es euch gefallen. Ja, es ist auf jeden Fall eine Positivität. Ich habe es euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.